Auf seiner großen Österreich-Tour hat der Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser am 27. Januar 2023 einen Vortrag in Garsten in der Schachnerhalle gehalten. Ganser sprach zum Krieg in der Ukraine und erklärte Österreich und die Schweiz sollten neutral bleiben und sich nicht am Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligen. Eigentlich hätte der Vortrag in Steyr stattfinden sollen, doch die rot geführte Stadtführung hat dies zuvor unterbunden. Leider war dies kein Einzelfall. Wir sprechen heute Klartext mit dem Friedensforscher Dr. Daniele Ganser über die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, aber auch über seinen neuen Vortrag mit dem Titel Imperium USA und sein Einfluss auf Europa. Und es freut mich ganz besonders, jetzt den Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Herr Schacht. Ich habe mich gefreut zu kommen. Herr Ganser, heute vor einem Jahr wäre, wie gesagt, ein Vortrag im Stadttheater Steyr mit Ihnen über die Bühne gegangen. Allerdings, wie eingangs erwähnt, hat die SPÖ-geführte Stadt Steyr dies trotz vorhandenen Vertrag mit dem Veranstaltungsmanager ihrerseits, Peter Schutte, kurzfristig abgesagt. Jetzt ging die ganze Causa vor Gericht. Und siehe da, das, was die Stadt gemacht hat, war rechtswidrig. Und in erster Instanz wurde die Stadt jetzt zu 6.000 Euro Schadensersatz verurteilt. Nicht rechtskräftig wohlbemerkt. Ist das ein Sieg für die Meinungsfreiheit? Was sagen Sie? Ich denke schon. Also man muss jetzt schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen öffentlich darlegen darf. Weil das ist ja das Prinzip der Meinungsfreiheit. Man kann nicht sagen, es gibt Meinungsfreiheit, aber diese Meinung möchten wir nicht hören. Also ich verstehe schon, dass ich eine andere Position habe als die, die die Regierung in Österreich vertritt. Es ist übrigens auch eine andere Position als die, die die Regierung in der Schweiz vertritt. Weil meine Position ist die, dass weder die Schweiz noch Österreich die Neutralität hätten aufgeben dürfen. Wir sind kleine Länder und es wäre viel besser, wenn wir neutral bleiben in einem Konflikt. Und der Ukraine-Krieg ist eben ein komplizierter Konflikt. Es wird immer so getan, als wenn das mit der russischen Invasion vom 24. Februar 22 angefangen hätte. Aber tatsächlich, die Invasion ist illegal. Da bin ich auch der gleichen Meinung wie die österreichische oder die Schweizer Regierung. Aber es gab eben 2014 einen Putsch der Amerikaner in Kiew. Und darüber will niemand sprechen. Und ich spreche in meinen öffentlichen Vorträgen darüber. Und ich denke, darum wurde auch hier dann verboten. Wie hieß der Bürgermeister? Ich glaube, der hieß Herr Vogel von der SPÖ. Und dann frage ich mich, warum greift der Herr Vogel so in die öffentliche Debatte ein? Er sollte doch einfach sagen, der Herr Ganser kann ja seine Analyse darlegen. Weil er legt ja auch seine Analyse dar. Also Rede und Gegenrede. Und dann denke ich, alle sind erwachsen und sollen sich dann selber ein Bild machen. Absolut, ja. Aber nichtsdestotrotz. Ich meine, ich habe jetzt Eingang schon erwähnt, es ist ja Steyr kein Einzelfall. Immer wieder erleben Sie oder Ihre Veranstaltungsmanager in Österreich und auch Deutschland es so, dass öffentliche Veranstaltungsseele oder Räumlichkeiten dementsprechend für Sie entweder gar nicht zur Verfügung stehen oder kurzfristig abgesagt werden. Was sagt das zum gesellschaftlichen, ist das ein gesellschaftlicher Totalkollaps, den wir gerade erleben in Bezug auf die Meinungsfreiheit? Also es spitzt sich halt einfach zu. Einen Totalkollaps würde ich es nicht nennen, weil ich kann ja dann an anderen Orten sprechen. Ja, das sind private Räumlichkeiten. Ja, es war einmal zum Beispiel in Innsbruck, das ist ja in Tirol, da war im letzten Jahr, 2023, war auch ein Vortrag von mir geplant. Und dann hat dort der Bürgermeister, der Willi hieß der, da kann ich mich erinnern, dass der Willi hieß, der war von den Grünen und der hat gesagt, hier darf ganzer nicht sprechen. Weil er hat gesagt, also seine Analyse zum Ukraine-Krieg teile ich nicht. Und dann habe ich auch bei Corona habe ich nicht geimpft. Also ich bin einer, der eben diese Impfung nicht gemacht hat. Ich habe auch gesagt, ich vertraue dieser Impfung nicht. Und da hat der Bürgermeister Willi gesagt, in diesem Saal, wo Ganser jetzt hier in Innsbruck sprechen will, da haben wir geimpft und er ist da gegen die Impfung und auf jeden Fall, er ist gegen die Impfpflicht. Also von mir soll jeder machen, was er will. Aber ich finde eben, der Staat hat nicht das Recht, den Bürgern zu sagen, was sie zu tun haben. Das heißt, ich bin sicher ein Vertreter der Freiheit, ja, dass ich einfach sage, hey Leute, es gab eben auch immer wieder Fehler, wo Regierungen Dinge entschieden haben, wo man im Rückblick sagen muss, das war nicht richtig. Und das Prinzip, wenn ich das ausführen darf, ist, dass in einer Demokratie eigentlich immer diese Gegenrede muss erlaubt sein. Aber sie sagen richtig, es wird jetzt schwieriger, eine Gegenrede zu halten. Ich habe auch in Deutschland das erlebt, in Dortmund, da hieß der Bürgermeister Herr Westphal. Und die Bürgermeister haben natürlich in einem Ort schon eine gewisse Macht, das wissen die Leute manchmal gar nicht, die ein Ticket kaufen. Aber es ist so, dass der Bürgermeister auf die Halle Druck machen kann. Und in Dortmund hat dann auch der Hallenbetreiber, hat dann uns den Vertrag gekündigt. Und das ist schon ärgerlich, weil da waren, ich weiß nicht, 2000 Tickets verkauft, wir waren ausverkauft. Und dann haben die Leute die Tickets, die wollen kommen. Ich habe mir den Termin eingetragen, ich will den Vortrag halten. Und dann drängt sich der Bürgermeister dazwischen und sagt, nee, ihr dürft euch nicht treffen. Und das halte ich für ein sehr komisches Demokratieverständnis, weil wir mussten dann vor Gericht klagen. Und in Deutschland heißt das Verwaltungsgericht. Und dann hat das Verwaltungsgericht gesagt, nein, Herr Ganser darf sprechen. Es gibt da keinen Grund, das zu verbieten. Und der Bürgermeister hat dann gesagt, nee, nee, also mit diesem Gerichtsurteil bin ich nicht einverstanden. Ich gehe in die nächste Instanz, weil der bezahlt die Gerichtskosten mit den Steuergeldern. Und dann hat er in der nächsten Instanz nochmal verloren und dann durfte ich den Vortrag halten. Das heißt, die Meinungsfreiheit wurde verteidigt, auch in Deutschland. Aber ich merke, es ist schwierig, zum Ukraine-Krieg eine abweichende Meinung in Österreich und der Schweiz und in Deutschland zu vertreten. Ich mache es aber trotzdem, was ich halte, die Vorträge weiter. Das freut sich ja viel. Und Sie haben es eingangs schon erwähnt, über 1.000, 2.000 Menschen kommen zum Teil zu ihren Vorträgen. Aber noch einmal ganz kurz zurück. Schützenhilfe bekommen ja diese Politiker mitunter dann auch von den Medien. Zumindest, wenn man so will, von den System- oder Mainstream-Medien, wie man sie nennen möchte. Wie schätzen Sie diese Medien heutzutage ein? Ist das eher Aktivismus anstatt Journalismus, was da betrieben wird? Ja, zum Teil ist das leider so. Also gestern hatte ich einen Vortrag in Graz, in der Steiermark. Und da waren 1.800 Menschen. Das ist schon ein großes Interesse. Und da möchte ich auch vielleicht den Moment nutzen, allen Menschen zu danken, die gekommen sind, für das große Interesse. Und ich habe gesprochen über das Thema US-Imperialismus. Also ich sage eben, die Amerikaner, wir haben 193 Länder auf der Welt. Und die Amerikaner sind das Land, das am meisten Länder überfallen hat seit 1945. Das ist einfach eine Tatsache. Und dann heisst es, ja, nein, das darf man nicht sagen. Oder wenn man das sagt, dann ist das eine Verschwörungstheorie. Und da gab es tatsächlich, das ist also nicht jetzt eine Theorie von mir, sondern das erlebe ich halt als Forscher, gab es einen Beitrag von ORF vor meinem Vortrag in Graz. Der Beitrag war in etwa, geht bitte nicht zu diesem Vortrag, dem Herr Ganser darf man nicht zuhören. Und ORF wird ja jetzt finanziert durch alle Bürger in Österreich. Das ist also eine Zwangsabgabe, die die Menschen leisten müssen. Und dann müssen die also für ORF bezahlen. Und zusätzlich, wenn die zu meinem Vortrag kommen, müssen die noch für den Vortrag bezahlen. Die denken sich ja auch, ja, hallo, warum bekämpft dann ORF, dass ich bezahlen muss, den Vortrag, den ich hören will. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das sollte man den Leuten eigentlich überlassen und sagen, Herr Ganser hält einen Vortrag in Graz. Seine These ist, die USA sind ein Imperium. Und die USA beliefern die Ukraine mit Waffen, weil sie wollen, dass möglichst viele Russen in der Ukraine sterben. Das ist meine Analyse. Und da könnte ORF das ganz sachlich darlegen. Die könnten auch sagen, Ganser ist auch der Meinung, dass wir zu den Terroranschlägen vom 11. September nicht ehrlich informiert wurden. Und dann fände ich das in Ordnung. Aber sie lassen es ja nicht dabei, sondern sie kommen dann immer mit abwertenden Begriffen und sagen, ja, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker und da steht auch der Corona-Impfung kritisch gegenüber. Und dann ist es einfach eigentlich kein Journalismus mehr, sondern es ist Stimmungsmache. Und diese Stimmungsmache gibt es auch in Deutschland. Ich spreche gerne auch ein bisschen über Deutschland, dass man nicht das Gefühl hat, es ist nur in Österreich das Problem. Sondern in Deutschland hat dann ARD eine große Reportage gebracht und hat gesagt, Ulrike Gero, Gabriele Krone-Schmalz und Daniele Ganser sollte man nicht zuhören. Die falschen Experten. Und die Deutschen müssen ja für ARD bezahlen. Das ist auch eine Zwangsabgabe. Und dann werden sie von ARD belehrt, dass sie diesen bitte nicht zuhören sollen, diesen Experten und Expertinnen, weil die haben eine andere Meinung zum Ukraine-Krieg, weil wir fordern alle Waffenstillstand. Wir sagen, es braucht Friedensgespräche, hört auf mit den Waffenlieferungen. Und da wird man sofort diffamiert. Und das heißt, wir haben im ganzen deutschen Sprachraum, das heißt Österreich, Deutschland und Schweiz, das sind die drei Länder, wo ich mich bewege, das sind 100 Millionen Menschen, haben wir tatsächlich ein sehr eingeschränktes Kommunikationsnarrativ. Und wer ein bisschen außerhalb vom Narrativ ist, sei es Corona, sei es Ukraine oder sei es jetzt Gaza-Krieg, beim Gaza-Krieg ist meine Position, es braucht sofort einen Waffenstillstand. Aber wer das tut, wer ein bisschen außerhalb vom Narrativ ist, und das Narrativ wird vorgegeben von ARD, von ORF und von SRF, also von den drei Staatssendern, der wird von diesen gleichen Staatssendern diffamiert. Und das sind nicht die Prinzipien der Aufklärung. Ja, man muss ja auch dazu sagen, die Experten, die im Mainstream quasi vorkommen, die malen immer den Teufel an die Wand. Sie haben Corona schon erwähnt, Ukraine etc., jetzt in der Ostkonflikt. Würde man auch vermehrt alternative Medien schauen, wo Sie zum Beispiel, wie bei uns jetzt hier sitzen, und Klartext über gewisse Themen. Und ich bin gerne hier. Danke sehr. Und es freut uns auch sehr. Aber würde man diesen Menschen, auch bei Corona zum Beispiel, einen Dr. Martin Harditsch. Genau. Guter Mann, ich kenne den Martin, ich habe ihn getroffen. Und er hat nie eine Möglichkeit bekommen, im ORF quasi großartig zu sprechen. Der zählt Dinge auf, wo wir jetzt wissen, dass das wahr war, was er gesagt hat, in Bezug auf die Impfung etc. Genau. Wie gefährlich sind denn da Ihrer Meinung nach in diesem Zusammenhang auch noch einmal ganz kurz zusammengefasst, die Mainstream-Medien auch in Zukunft möglicherweise? Oder besteht eine Gefahr durch die Mainstream-Medien für unsere Gesellschaft? Also es ist ja, eigentlich geht es um Narrative. Ja, Narrative sind große Erzählungen. Und der Martin Harditsch, den habe ich auch persönlich getroffen, das ist ein ganz ehrlicher, kluger Mann. Und wenn ihr hier in Österreich schon so kluge Männer habt und auch kluge Frauen, dann lasst die doch auch sozusagen dem Volk ihre Analysen darlegen. Der Martin hat eine Analyse gemacht bei Servus TV, die hieß Auf der Suche nach der Wahrheit. Das fand ich sehr gut. So etwas müsste auch auf ORF laufen. Dann gibt es den Andreas Sönigsen, der hat auch während der Corona-Zeit eine abweichende Meinung vertreten. Dann gibt es in Deutschland natürlich Susharit Bhakti und Wolfgang Wodag. Das heißt, es gibt eigentlich immer bei jedem großen Thema, nehmen wir Corona, gibt es Menschen, die die Regierungslinie vertreten und sagen, ja, jetzt müssen unbedingt alle impfen. Das ist eine gute Idee, auch die Kinder. Und andere, die sagen, nein, die Kinder sollten auf keinen Fall impfen und übrigens sollte es keine Impfpflicht geben. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Meinungen. Und jetzt sage ich, für den Bürger und für die Bürgerinnen ist es eigentlich wichtig, beide Meinungen zu hören. Das ist das Wichtige. Es ist eben völlig falsch, dass die Regierung entscheidet, diese Meinung von Wodag, von Bhakti, von Sönigsen und von Haditsch, die Meinung ist schlecht. Die dürfen die Kinder gar nicht hören. Also dieses Bevormundende, unsere lieben Bürger, wenn die die falsche Meinung hören, folgen sie noch dieser Meinung. Also ich finde es schon fast ein bisschen lustig, weil, hallo, also das sind alles Leute, die bezahlen eigentlich euren Lohn. Und ja, der ORF ist finanziert durch den Bürger. Das sind ja, der ORF, die Leute sind angestellt von der Österreicherin und vom Österreicher. Und darum müsste er auch in der Schweiz, SRF und in Deutschland ARD eine Pluralität von Perspektiven anbieten. Und dass sie das nicht tun, und zwar in mehreren Fällen, es ist auch bei 9-11 so, wenn jemand sagt, also zu 9-11 habe ich eine andere Meinung, dann wird er nicht nur nicht gebracht, sondern wird auch diffamiert. Aber da sage ich, ja, und dann hat die Bundeswehr 20 Jahre in Afghanistan gekämpft und am Schluss verloren. Darf man nicht darüber sprechen, dass das ein illegaler Krieg ist? Dann heisst es sofort, nein, Herr Ganser, da wollen wir nicht darüber sprechen. Und jetzt habt ihr noch 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr aufgegleist? Darf man nicht darüber sprechen, dass das ein Fehler ist? Darf man nicht darüber sprechen, dass diese Idee, wieder Kriege zu führen, dass das ein Fehler ist, und dass diese alte Einstellung, nie wieder Krieg, dass das eigentlich die richtige Idee ist? Und da bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie argumentieren, es müsste doch eigentlich mehrere Stimmen geben, das sehe ich genau gleich. Und das merken die Menschen zum Teil, und dann, denke ich, schalten die RTV ein und sagen, ja, hier gibt es abweichende Stimmen, ob ich da mit denen einig bin, ist mir jetzt mal egal, aber ich will mal eine abweichende Stimme hören. Oder die gehen auf YouTube und hören sich Michael Lüders an, das ist ein sehr kluger Analytiker in Deutschland, der zum Gaza-Krieg ganz anders berichtet als ARD. Oder sie schauen gleich Al Jazeera, da muss man Englisch können. Aber ich bin ein bisschen, wie Sie das vielleicht merken, enttäuscht, dass die staatlichen Medien versuchen, einen so engen Korridor vorzugeben. Es wäre mutiger, es wäre ehrlicher zu sagen, es gibt diese Meinung, es gibt diese Meinung, hier haben wir diesen Experten, dann kann der zehn Minuten sprechen, und hier haben wir diesen Experten, der kann zehn Minuten sprechen, und dann kann ja ORF den Leuten sagen, ja, tut uns leid, die Sache mit dieser Impfung ist auch eine komplexe Frage, bilden sich ihre eigene Meinung. Oder die Sache mit der Ukraine ist eine komplexe Frage, soll man da Waffen liefern, soll man nicht, bilden sich ihre eigene Meinung. Und das könnte auch ARD tun, aber die machen immer, die Regierung hat gesagt, Waffen liefern ist richtig, dann sagt ARD, nicht nur Leopardpanzer liefern, sondern noch Flugzeuge. Also, die Journalisten doppeln ja dann noch nach. Sie sagen nicht nur, die Regierung hat gesagt, es gibt eine Impfpflicht für ganz Österreich, dann sagen die Journalisten, sagen nur, und wer diese Impfpflicht nicht befolgt, der ist ein böser Mensch. Hallo? Also, wir werden nicht behandelt als Erwachsene, die behandeln uns wie Kinder, das mache ich nicht mit. Eine abweichende Meinung haben Sie höchstwahrscheinlich auch, wenn es darum geht, wie der Einfluss von der USA auf Europa dementsprechend aussieht. Also, davon bin ich zumindest überzeugt. Ich habe den Vortrag noch nicht gesehen. Der ist auch ganz neu. Und ich muss auch dazu sagen... Das ist jetzt der neue Vortrag für dieses Jahr. Ich muss auch dazu sagen, es ist immer, oder Vortragende lachen immer recht, aber man muss es immer relativ kurz zusammenfassen in einer TV-Sendung, wenn man so will. Der Vortrag wird schon relativ zwei Stunden dauern, gehe ich einmal davon aus. Wir hätten gern die drei Minuten zusammenfassen. Die drei Minuten Zusammenfassung. Wie schaut es aus? Was wird präsentiert? Was erwartet die Besucher bei diesem Vortrag? Also, eine Aussage, die ich mache, ist eben, dass die Amerikaner die verschiedenen Länder in Europa gegeneinander ausspielen. Dass sie zum Beispiel eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland nicht wollen, weil wenn die Russen günstiges Öl und Gas nach Deutschland liefern, haben die Russen viele Deviseneinnahmen und Deutschland und auch Österreich und Schweiz haben starkes Wirtschaftswachstum, weil sie günstige Energiepreise haben. Und darum haben die Amerikaner zum Beispiel Nord Stream gesprengt. Also, das ist meine Analyse und das wird im Vortrag natürlich ein bisschen detailliert gemacht. Und da werde ich eben auch erklären, dass die USA eben in Europa das Spiel von Divide et Impera, also Spalte und Herrsche spielen. Und die Europäer müssten ein bisschen darüber nachdenken. Und ein anderer Punkt, den ich mache im Vortrag, ist, dass ich sage, die Amerikaner sind das Land, das seit 1945 am meisten andere Länder angegriffen hat. Und das ist bei vielen Menschen gar nicht auf der Bildfläche, weil in der Schule, beim Geschichtsunterricht die Geschichte so mit 1945 endet. Ja, danach ist einfach Sendepause und das ist einfach ein Fehler. Weil da gibt es eben den amerikanischen Imperialismus. Und da sage ich, das UNO-Gewaltverbot, das eben 1945 verabschiedet wurde, sagt, ein Land soll ein anderes Land nicht angreifen und man soll in der internationalen Politik keine Gewalt einsetzen. Das zitiere ich dann, das UNO-Gewaltverbot. Und dann sage ich, gehen wir mal die Liste durch der Länder, wo die USA interveniert haben. 1948 haben sie in Wahlen in Italien manipuliert. Das war illegal. Aber sie hatten Angst, die Kommunisten kommen an die Macht, weil die hatten gegen Mussolini gekämpft. Und die Sozialisten, die wollten die Sozialisten, die Kommunisten nicht an der Macht. Also der erste Einsatz der CIA war eben nicht in Chile, sondern es war gegen Italien. Und die Leute wissen es nicht, dann erzähle ich das nochmal. Dann 1950 haben die USA Korea bombardiert. 1953 haben sie die Regierung im Iran gestürzt. 1954 haben sie die Regierung in Guatemala gestürzt. 1961 haben sie Lumumba im Kongo. umbringen lassen, zusammen mit den Belgiern. Der Lumumba wurde in Säure aufgelöst. Das ist sehr, sehr gewalttätig. Dann 1961 haben sie die Schweinebucht-Invasion gemacht von Kuba. Später haben sie dazu beigetragen, dass Che Guevara umgebracht wurde. 1964 haben sie Vietnam angegriffen. Dann haben sie in den 70er Jahren, 1973 haben sie Allende gestürzt in Chile. Das war eine CIA-Operation. Da haben sie Pinochet installiert. Pinochet hat seine Gegner über dem Pazifik abgeworfen, damit die Menschen nicht wussten, ob ihre Söhne tot sind. Sie konnten das Abschiedsritual nicht machen, weil sie keine Leiche hatten. Das ist eine sehr hinterhältige Art der Terrorisierung der Bevölkerung. 1979 haben sie die Mujahedin in Afghanistan aufgerüstet. Das hat den Einmarsch der Sowjets ausgelöst. Dann haben sie 1981 in Nicaragua die Kontras aufgebaut. 1986 haben sie in Libyen Gaddafi bombardiert. Den haben sie mehrmals bombardiert, aber schon 1986. Dann 1991 haben sie den Irak bombardiert. Das ist Operation Desert Storm. Und 1999 dann in Europa, Serbien. Ein illegaler Krieg in Europa. Heißt immer, seit der russische Invasion ist der erste illegale Krieg, sage ich immer. 1999, ich habe das vergessen, war unter Bill Clinton diese Invasion. Dann 2001 natürlich die Anstecke vom 11. September, wo ich sage, das ist nicht geklärt. Und 2008 auch der Angriff auf Afghanistan, 2003 dann der Angriff auf den Irak, der USA, völlig illegal. Klarer Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, 2011 der Angriff auf Libyen, 2014 der Angriff auf Syrien und 2014 eben auch der Putsch in der Ukraine. Und ich denke, in dieser Kompaktheit haben die Leute das selten gehört. Da muss ich gleich mal interessensalber mal nachfragen, welche Präsidenten waren das denn eigentlich im Detail? Beziehungsweise nicht die Namen, sondern waren das primär Demokraten oder Republikaner? Wissen Sie das? Egal, beide. Beide Seiten schon. Ich kann es nochmal durchgehen und die Präsidenten nennen. Und Sie werden sehen, sowohl Demokraten wie auch Republikaner haben immer in der Außenpolitik eigentlich Gewalt eingesetzt. Und der einzige, wo ich wirklich sage, der hat versucht zu mäßigen, war Kennedy. John F. Kennedy hat im Vietnamkrieg Spezialeinheiten schon in Vietnam gehabt, wollte die zurückziehen und wurde dann 1963 in Dallas erschossen, meiner Meinung nach von CIA-Leuten. Und dann kam Johnson an die Macht und Johnson hat den Vietnamkrieg eskaliert und Johnson war ein Demokrat. Und das heisst, die Demokraten unterscheiden sich ja, viele denken, die Demokraten sind für den Frieden. Da sage ich ja, aber Obama ist ein Demokrat, hat Libyen 2011 bombardiert, hat in Guantanamo die Leute foltern lassen. Oder Clinton ist auch ein Demokrat, hat Serben bombardiert. Dann sagen sie, okay, die Demokraten sind böse, dann müssen wir die Republikaner nehmen. Dann sagen, ja, bei den Republikanern habt ihr Bush. Ja, Bush hat den Irak überfallen, eindeutig illegal. Bush hat auch die ganze NATO-Osterweiterung vorangetrieben, 2008 in Rumänien die Ukraine eingeladen, Mitglied der NATO zu werden, was viel dazu beigetragen hat, dass eben dieser Konflikt mit Russland ausgebrochen ist. Oder nimmt Nixon, ein Republikaner, der hat nicht nur Vietnam bombardiert, sondern dann nach Laos und Kambodscha, also ein bisschen nebenbei her und in Chile die Regierung gestürzt. Also die beiden Parteien, die zur Auswahl stehen, jetzt am 5. November 2024 sind ja wieder Wahlen in den USA. Beide Parteien sind extrem gewalttätig. Gab es eigentlich einen Präsidenten, wo es keinen Krieg gab, wo die USA dementsprechend involviert waren? Nein, also es wird manchmal gesagt, Trump hat kein Land bombardiert, das stimmt nicht. Trump ist ja jetzt eigentlich unter den Republikanern der Favorit, es gibt noch Nikki Haley, aber die Nikki Haley hat eigentlich jetzt in Iowa und in New Hampshire eigentlich in den Primaries, also die Parteien müssen ja zuerst festlegen, wer von den Republikanern und wer von den Demokraten… Indien die eine Vorwahl sozusagen. So ist es, so ist es. Und da ist jetzt eigentlich bei den Republikanern ist Trump der klare Favorit. Es ist nur noch Nikki Haley, die früher UNO-Botschafterin war, ist noch im Rennen. Aber die ersten zwei Staaten hat jetzt Trump schon für sich gesichert und Trump könnte, wenn es so weitergeht, dann der Kandidat für die Republikaner sein am 5. November und Joe Biden könnte der Kandidat für die Demokraten sein. Es gibt natürlich noch Robert Kennedy Junior, aber ist weder bei den Demokraten noch bei den Republikanern und darum wird er kaum erwähnt. Der Fokus ist auf diese zwei Parteien. Aber das, was ich sagen wollte, der Trump hat auch Syrien bombardiert. Das wird oft vergessen. Man kann entlastend sagen, dass er das nicht angefangen hat, sondern Obama hat angefangen und Trump hat dann weiter bombardiert. Der Syrien-Krieg hat unter Obama begonnen. Aber trotzdem wäre es naiv. Wen hat er da damals bombardiert? Der Trump hat Syrien bombardiert. Den Assad. Den Assad bombardiert. Ja, Assad war der Präsident. Also nicht die IS, sondern Assad, die Regierung. Nun gut, er hat natürlich immer gesagt, wir kämpfen gegen die Terroristen. Und das ist eine alte Masche der Amerikaner, dass sie sagen, wir bombardieren jetzt Afghanistan, aber gemeint sind natürlich die Terroristen. Und das ist das Gleiche, was Netanyahu sagt. Der sagt, ich bombardiere Palästina, also ich bombardiere den Gaza-Streifen, aber eigentlich bombardiere ich nur die Terroristen. Das ist eigentlich immer eine Art zu argumentieren, ich ziele ganz genau auf die Terroristen und ich weiß, wo sie sind. Und das ist natürlich auch… Darum sind schon weit über 10.000 Kinder gestorben und in Summe 25.000… 25.000 Tote jetzt im Gaza-Streifen und darum fordere ich, es braucht jetzt eigentlich einen Waffenstillstand. Und das ist ja keine radikale Forderung. Ich denke dann immer, warum ist denn ein Waffenstillstand eine radikale Forderung? Oder wenn man sagt, keine Waffen in die Ukraine liefern. Also ich orientiere mich am Prinzip nie wie der Krieg. Und ich denke, ORF könnte das unterstützen. Aber gleichzeitig, verstehen Sie da nicht ein bisschen auch die israelische Seite, dass Sie sagen, das was am 7. Oktober da dementsprechend über die Bühne gegangen ist von Seiten der Hamas, wo, weil über 1000 Menschen Zivilisten vor allem massakriert und getötet worden sind, dass hier dementsprechend der Standpunkt klar ist, wir wollen mit dieser Hamas nicht mehr zusammenarbeiten. Und die Hamas fordert ja, wenn sie alle Zivilisten jetzt freigeben würde, einen Waffenstillstand, also einen kompletten Waffenstillstand und darauf will Israel nicht eingehen. Können Sie das mitunter auch ein bisschen verstehen? Kann ich voll verstehen. Also wenn man 1200 Tote hat, Israel zu beklagen am 7. Oktober und dann noch 200 Geiseln, die Hamas in den Gaza-Streifen gebracht hat. Aber wenn man dann, ich würde mal sagen, man ist dann aus dem Schmerz und aus der Trauer heraus oder aus der Wut heraus kann man reagieren und sagen, ich bin in der Wut, ich bin in der Trauer, darum bringe ich jetzt noch mehr von euch um. Das kann man machen. Aber, das möchte ich eben betonen, das wird uns nicht aus der Gewaltspirale hinaus führen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass eine Seite zeigen kann, wie viele Menschen sie töten kann. Das können wir, also wissen wir, wir als Menschheitsfamilie können uns untereinander töten, haben wir in 500 Varianten bewiesen. Aber die Frage ist, und das ist viel schwieriger, nicht können wir uns töten, sondern können wir friedlich koexistieren? Und das ist die Herausforderung. Und da sehe ich nicht bei Netanyahu die Fähigkeiten, die es braucht. Weil für die friedliche Koexistenz braucht es erstens, dass man sagt, ich sehe deinen Schmerz. Okay? Also, dass die Palästinenser sagen, ich sehe deinen Schmerz als Israeli, als Jude, ich sehe es. Ihr habt einen Holocaust gehabt, eine Riesenkatastrophe, ein Riesenverbrechen und darum seid ihr in diesem Schmerz. Und dann braucht es aber auch den Israeli, den Juden, der gegenüber dem Muslim, dem Palästinenser sagt, ich sehe deinen Schmerz auch. Ich sehe, ihr habt einen Teil eures Landes verloren, ihr habt die Nakba gehabt, das ist die Vertreibung der Palästinenser. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ja, aber ich habe den grösseren Schmerz. Darum ist dein Schmerz nicht wichtig. Sondern die Friedensbewegung hat das ganz genau untersucht und sie sagt, wichtig ist zuerst zu sehen, beide Gruppen müssen den Schmerz des anderen sehen, weil nur dann ist Empathie möglich. Wenn Empathie nicht möglich ist, verstehen Sie, dann gibt es ja, deine Probleme interessieren mich nicht, du musst meine Probleme sehen. Das ist ja auch beim Ehestreit so, da müssen wir gar nicht in den Nahen Osten. Also den Schmerz des anderen zu sehen und dann, Achtung, zu sagen, du hast teilweise recht. Also dass man sagt, ich sehe es zwar nicht so wie du, aber du hast teilweise recht. Und das müssten Palästinenser sagen, weil sie ja in ihrer Gruppe Radikale haben, die mit dem Rucksack an einem Bahnhof stehen, Busbahnhof in Israel, und dann irgendwelche Frauen und Kinder in die Luft springen. Geht doch nicht. Ja, da muss doch der Palästinenser sagen, das geht nicht. Und da muss er dem Israeli doch recht geben und sagen, du hast teilweise recht, das ist falsch. Und umgekehrt muss aber auch der Israeli dem Palästinenser recht geben und sagen, ja, meine Regierung hat jetzt gerade 25.000 Leute getötet im Gazastreifen, da können wir nicht sagen, das sind alles Hammerskämpfer, weil wenn da ein zehnjähriger Junge oder ein fünfjähriges Mädchen tot ist, dann möchte ich mal das Argument wissen, warum jetzt ein fünfjähriges Mädchen eine Hammerskämpferin ist. Und das Argument, er schliesst sich der ganzen Welt nicht. Ja, das ist ja nicht nur, dass ich in der Schweiz meine Zweifel habe an der Politik von Netanyahu oder an der Politik von Hamers. Dann die ganze Welt fragt sich, was sind das für zwei Gruppen, die sich da gegenseitig töten. Und letzten Endes, glaube ich, nachdem man diesen Prozess durchgegangen ist, also den Schmerz des anderen sehen, und dann einsehen, du hast teilweise Recht, dann können Gespräche kommen. Und an diesem Punkt möchte ich eigentlich, aber ich weiß, im Moment sind wir ganz weit davon entfernt. Die sprechen nicht miteinander, die töten sich gegenseitig und leider ist da kein Ende im Moment in Sicht. Ja, und leider muss man halt sagen, ja, das ist einfach so ein Massaker rechtfertigt das andere definitiv nicht. Also es müssen hier ganz klar Gespräche… Und wir können nicht mit Gewalt aus der Gewalt aussteigen. Absolut. Weil das wird uns immer wieder erklärt. Man sagt immer wieder, Gewalt ist böse. Da müssen wir jetzt noch einmal Gewalt einsetzen und dann ist die Gewalt weg. Ja. Und da möchte ich einfach als Historiker sagen, stimmt nicht. Geht nicht. Noch einmal ganz kurz zum Einfluss der USA auf Europa. Aktuell, wie würden Sie sagen oder generell in den letzten Jahren, wo hat denn oder in welchem Land hat denn die USA am meisten Einfluss in Europa? Ist das Deutschland? Ja, ja. Deutschland ist das wichtigste Land. Es ist nicht der Schweiz, es ist auch nicht Österreich, also jetzt nichts gegen Oberösterreich. Aber das Kraftzentrum ist Deutschland von Europa und die USA haben natürlich gesagt, die NATO ist unser Brückenkopf in Eurasien. Also Eurasien ist eigentlich die Region von Portugal bis Korea. Das ist Eurasien. Das ist der Doppelkontinent, besteht aus Europa und Asien. Und dieser große Doppelkontinent ist für die Amerikaner der große Herausforderer im 21. Jahrhundert. Und die Herausforderer sind natürlich China einerseits, aber auch Russland. Und was die Deutschen nicht verstehen, auch Deutschland. Die Deutschen denken immer, wir sind doch ein Freund von den Amerikanern. Nein, nein, die Amerikaner sehen sie als Herausforderer. Und wenn die Amerikaner Deutschland jetzt einfach voll vertrauen würden, dann würden sie ihre 38.000 Soldaten abziehen. Machen sie aber nicht. Ja, Trump hat ja angekündigt, die NATO-Soldaten abziehen zu lassen. Ob er das macht, wird man sehen. Aber im Moment ist es so, dass immer noch 38.000 Soldaten in Deutschland stationiert sind. Rammstein ist ein sehr großer Militärstützpunkt der USA. Sie müssten die verschiedenen Militärstützpunkte auflösen. Und viele Leute haben das Gefühl, ja diese Militärstützpunkte, da passiert ja nichts. Ja doch. Die ganze ukrainische Armee wurde von den Amerikanern nicht in Texas ausgebildet, sondern in Deutschland auf amerikanischen Militärstützpunkten. Zum Beispiel in Bayern, in Grafenwöhr, also von hier um die Ecke, oder? Wenn wir das mal bildlich darstellen. Und das heißt, die Amerikaner möchten eigentlich in Deutschland sozusagen ihre Hand drauf halten. Und wenn die Deutschen enge Beziehungen mit Russland eingehen möchten, was sie unter Gerhard Schröder gemacht haben, dann haben sie eben direkte Pipelines gebaut durch die Ostsee. Und diese Pipelines haben dann Erdgas von Russland nach Deutschland gebracht. Und das hat die Energiekosten in Deutschland gesenkt. Wenn die Energiekosten in Deutschland tief sind, dann wächst die deutsche Industrie, zum Beispiel BASF und andere oder Mercedes oder Bosch oder alles, was wir da kennen. Und dann sagen die Amerikaner, die Deutschen werden uns ein bisschen zu mächtig. Und dann sprengen die tatsächlich die Pipeline weg. Jetzt, das wird aber nicht diskutiert auf ORF. Das wird auch auf ARD nicht diskutiert. Sondern man sagt so, okay, die Pipeline ist weg, aber wer war es? Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Man kann es nicht herausfinden. Das ist so undurchsichtig. Und dann kommt wieder ein amerikanischer Journalist, Seymour Hersh. Und der hat Quellen in der CIA. Und diese Quellen sagen ihm, wir sind nicht damit einverstanden, was unsere Kollegen gemacht haben. Darum erzählen wir es dir. Das sind Insider. Und dann heißt es einfach, in der Süddeutschen Zeitung heißt es ja, Seymour Hersh ist ein alter, verwirrter Mann. Also dann wird eigentlich, das ist die Technik, kill the messenger. Wir wollen das nicht hören, weil sonst müsste man sagen, die USA sind in einem Kriegszustand mit Deutschland, weil sie haben einen Angriff auf die deutsche Infrastruktur gemacht. Und das war am 26. September 2022. Das ist mehr als ein Jahr her. Wird einfach nicht aufgeklärt. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja eines mitunter der meistbewachtesten Gebiete überhaupt, die Ostsee. Da könnte nicht einmal ein Wal durchschwimmen, oder ein kleiner Fisch durchschwimmen, wenn man so will, ohne dass das irgendwer bemerken würde. Genau. Mich würde noch interessieren, ganz kurz noch zu guter Letzt, glauben Sie, Sie haben es eingangs schon erwähnt, über 30.000 US-amerikanische Soldaten befinden sich, nach wie vor in Deutschland. Ist Deutschland noch immer von der USA besetzt? Ja. Wann kann sich das ändern? Wenn die abziehen. Weil die hatten ja zuerst auch sowjetische Soldaten, 500.000 waren richtig viele. Die ganze DDR war von der Sowjetunion besetzt. Und ich habe dann auch natürlich in Deutschland Vorträge gehalten und die Regierung Scholz kritisiert und gesagt, ich finde es völlig falsch, was Scholz von der SPD macht, was Annalena Baerbock von den Grünen macht. Also die haben sich so klar gegen Russland positioniert und Zelensky mit Waffen, Leopardpanzer und alles. Und haben gesagt, alle, die nicht für Waffenlieferungen sind, die sind asozial. Das war wie bei der Impfung. Ich habe wieder gesagt, wie schnell man asozial ist, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann habe ich das kritisiert. Aber man muss sich schon erinnern, dass in der DDR, die ja bis zum Mauerfall sozusagen existiert hat, Mauerfall war 89 für die jüngeren Zuschauer, das wissen ja einige gar nicht, aber dass damals in der DDR eigentlich Widerspruch überhaupt nicht toleriert wurde. Also die Freunde von mir, die eben auch helfen bei der Organisation der Vorträge, die sind in der DDR gross geworden. Und dann habe ich die mal gefragt, so wie ich heute Scholz kritisiere, hätte ich eigentlich so Honecker und andere Leute in der DDR kritisieren können? Dann hat sie gesagt, nein. Ich habe gesagt, ja, was wäre denn passiert? Dann hat sie gesagt, ja, dann wäre die Stasi im Vortrag gewesen und dann hätten sie dich abgeholt. Dann habe ich gesagt, ja, wo wäre ich dann hingekommen? Dann hat sie gesagt, in den Stasi-Knast. Habe ich gesagt, den will ich sehen. Und dann sind wir in Erfurt, das ist in Thüringen, das sind also die ehemalige DDR, sind wir in den Stasi-Knast. Habe ich mir das alles angeschaut und im Stasi-Knast war das so, da hatten wir eine Führung, da lagen da acht Männer im gleichen Raum und da gab es eine Schlafordnung. Und die Schlafordnung war, man musste auf dem Rücken liegen und die Hände auf der Decke. Jetzt weiß ja jeder, wenn man schläft, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, irgendwann dreht man sich. Absolut, ja. Wo die Hände sind, weiß ich ehrlich gesagt um drei Uhr nicht. Und dann kam der Wärter, pam, 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 Türe, riesen Lärm, Schlafordnung herstellen. Weil acht Männer in einer Zelle, ja irgendjemand hat sich ja immer gedreht. Also wurde man all halb Stunden geweckt unter dem Vorwand Schlafordnung, war nicht okay. Das heißt, es ist Folter, wenn man immer geweckt wird, ja. Das ist Folter, wenn man lange nicht gut schläft, ist für den Menschen sehr, sehr schmerzhaft. Und was ich sagen möchte ist, das ist jetzt besser, okay. So schlimm ist es nicht mehr. Man muss auch manchmal über die guten Dinge sprechen. Also die Sowjets haben ihre Soldaten abgezogen, finde ich wunderbar. Aber ich denke, bevor die Amerikaner nicht ihre Soldaten abgezogen haben, kann man nicht wirklich von einem souveränen Land sprechen. Weil ein souveränes Land sollte keine fremden Truppen haben. Das ist auch bei Südkorea und bei Japan so. Nichtsdestotrotz, Sie haben gerade die Stasi-Methoden angesprochen. Viele sehen, und das ist meine letzte Frage noch. Das haben Sie schon mal gesagt, letzte Frage. Sie Historiker. Quasi viele haben Angst, dass sich ähnliche Situationen jetzt diesbezüglich wieder wiederholen könnten. Gerade auch in Bezug auf die Meinungsfreiheit etc. Wir erleben jetzt den DSA, der jetzt in wenigen Wochen aktiv wird, wo Meinungsfreiheit im Internet quasi nicht mehr vorherrschen kann. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, wie gegen Andersdenkende, wie da vorgegangen worden ist. Was glauben Sie jetzt abschließend noch? Glauben Sie, dass wir jetzt noch auf etwas zusteuern, das wir so jetzt noch nicht erlebt haben und dass doch noch eine massive Einschränkung werden wird für uns und unsere Gesellschaft? Meine Meinung ist so, wir leben im Informationszeitalter. Das muss ich kurz kontextualisieren. Vor 500 Jahren, ein bisschen mehr, wurde der Buchdruck erfunden. Vorher konnten die Leute überhaupt nicht lesen. Dann konnten die Leute anfangen zu lesen. Wir waren alles Bauern. Sie waren ein Bauer, ich war ein Bauer. Alle hier im Studio waren Bauern. Das hat uns auch nicht interessiert, was in Shanghai passiert. Und was in Rio de Janeiro passiert, das hat uns auch nicht interessiert. Wir wussten vom Dorf, vom nächsten Dorf, wir waren Bauern. Dann, okay, ging das ein bisschen weiter. Dann kamen diese Bücher, die haben wir aber auch nicht gelesen, weil vieles war auf Lateinisch. Lateinisch konnten wir nicht. Also unser Medienkonsum war ganz anders als heute. Dann kam der Zweite Weltkrieg, da gab es nur Radio. Also Goebbels hatte nur Radio. Das muss man sich mal klar machen. Es gab kein Fernsehen. Es gab, gerade den jungen Menschen, muss ich mal sagen, es gab kein Smartphone. Meine Kinder, warum habt ihr nicht ein SMS geschickt? Ja, gab es nicht. Ah, gab es nicht, Papa. Okay, krass bei euch und so. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach, dass ich da durchgehen kann, 1950 kam Fernseher. 1950. Jetzt haben wir 70 Jahre Erfahrung mit dem Fernseher. Jetzt merken wir auch, okay, war interessant, aber so ganz überzeugt das nicht. Man merkt, die junge Generation schaut überhaupt gar nicht mehr fern. Die sind auf dem Laptop und dem Smartphone. Und jetzt, dann kam, 1996, eigentlich kam das Internet. Und das weiß ich noch so genau, weil da war ich Student in Amsterdam. Wenn ich die Geschichte kurz erzählen darf, war ich an der Universität Amsterdam, habe Geschichte studiert, habe mich über den amerikanischen Imperialismus vertieft. Und dann kam Isabella, eine schöne Studentin aus Zypern, und hat gesagt, Daniele, kommst du auch aufs Internet? 1996, da habe ich gesagt, Isabella, klar, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ich weiß es auch nicht, aber alle gehen. Das heißt, es war 1996, und dann, wir wussten nicht, was es ist, aber es hieß einfach, wir gehen jetzt, da gibt es einen Raum an der Universität, und da ist das Internet. Und dann sind wir also in diesen Raum reingegangen, und da waren einfach vielleicht 100 Computer, und die Studenten konnten da gratis in den Raum rennen und dann auf die Taste drücken, und dann hat sich eine URL, also ein Hyperlink geöffnet. Und ich weiß nicht, ob Sie das erlebt haben, aber die, die es erlebt haben, wissen das noch. Der Bildaufbau war so, das war 1996, und das war, wir reden hier nicht über Videos, wir reden über stationäre Bilder. Wir waren da etwa eine halbe Stunde in diesem Raum, haben fünf Hyperlinks gedrängt und haben gedacht, ja, wenn das jedes Mal so lange geht, bis hier ein Bild aufgebaut ist, dann langweilt mich mit das. Und da sind wir alle wieder gegangen. Ich habe gesagt, ja, Internet ist nicht so interessant. Und da konnte man sich aber eine E-Mail-Adresse gratis holen. Dann haben alle sich eine E-Mail-Adresse, die dann Hotmail hieß, ja, das war wirklich uralte Zeit her. Aber das war 1996, so lange ist das gar nicht her, das ist 30 Jahre. Und dann kam 2005, kam YouTube. Und da habe ich noch, da hat mich jemand gefragt, Herr Ganser, wie würden Sie das einschätzen, ist YouTube was Wichtiges? Und so habe ich gesagt, nee, wissen Sie, YouTube, das ist nur, wenn irgendwie eine Katze in ein Schwimmbad fällt und irgendjemand findet das interessant, also das interessiert doch niemand, das ist nicht relevant. Völlig falsch eingeschätzt. Da muss man auch immer sagen, die Historiker ehren sich manchmal auch völlig keinen Plan. Heute habe ich einen YouTube-Kanal, bin froh, dass ich den YouTube-Kanal habe. Und noch nicht gesperrt wurden. Noch nicht. Noch nicht, muss man sagen. Man weiß es nicht. Aber ich möchte nur auf die historische Entwicklung eingehen. Und dann sieht man sehr klar, 2007 kam das erste iPhone. Weil ich das alles erlebt habe, war das doch eindrücklich. Ein Freund von mir, der arbeitete bei der UBS, bekannte Schweizer Bank, und der war in New York. Und das erste iPhone wurde natürlich nicht in Wien und auch nicht in Zürich, sondern in New York an die Menschen gebracht. Und der war natürlich bei der Bankarbeit, da hat er viel Geld und hat sich das erste iPhone geholt. Dann ist er zurückgeflogen in die Schweiz und wir waren alle so Jungs. Also Jungs, ja, wir waren 2007, so jung war ich auch nicht mehr, aber gut. Ich war extrem beeindruckt, wie er seinen iPhone gezückt hat und gesagt hat, ich habe jetzt dieses Gerät. Und wir alle so, oh cool. Und dann war halt ein Foto drauf und dann hat er das gedreht, das iPhone, und das Foto hat mitgedreht. Das haben wir noch nie gesehen. Ich muss das meinen Kindern immer erklären. Und sie sagen, weißt du, du warst beeindruckt, weil du dich das Foto mitgedreht. Da habe ich gesagt, ja das war eine große Sache. Und auch, dass du ein Foto machen kannst mit diesem Gerät, das so eine hohe Auflösung hat. Und nochmals, das war 2007, das erste iPhone, ich glaube jetzt sind wir bei iPhone 15 ungefähr. Und wir haben Streaming-Videos. Das heisst, das was wir netto haben, wenn Sie von Buchdruck über Radio, über Fernseher, über Laptops, Internet, Smartphones, wenn Sie diese Bewegung anschauen, dann ist das ein Kelch, der sich öffnet. Wir haben nicht weniger Informationen, wir haben mehr. Und wir werden überflutet von Informationen. Und das, glaube ich, wird sich nicht ändern. Und unsere Herausforderung ist, in dieser Medienrevolution nicht in die Angst zu fallen, das ist das eine, und nicht in den Hass zu fallen. Das sind unsere Hauptherausforderungen. Ich glaube nicht, dass die Herausforderung ist, dass wir zu wenig Information haben. Sondern die Hauptherausforderung in den nächsten 20 Jahren sehe ich, was unseren Medienkonsum betrifft, ist, dass wir nicht sozusagen in diese Spaltung hineinfallen. Weil gerade, um vielleicht nochmal den Gaza-Krieg einzubringen, die Muslime, die schauen jetzt Videos von toten palästinensischen Kindern. Was bezeugt? Das erzeugt Hass, das erzeugt Wut, das erzeugt Angst. Die Israelis hingegen, die schauen Videos von geschändeten Frauen vom 7. Oktober. Was erzeugt das? Hass und Wut. Das heisst, wir haben wieder diese zwei Gruppen. Oder nehmen wir die NATO-Länder oder die Russen. Was schauen die zum Ukraine-Krieg? Oder bei Corona. Was schauen die Geimpften? Was schauen die Ungeimpften? Das heisst, wir haben immer Informationsblasen. Jeder ist in einer Informationsblase. Und wenn es ihm nicht gelingt, seine Blase als relative Blase zu erkennen, ich bin auch in einer Blase, Sie sind auch in einer Blase, ist nicht zu verhindern. Blase heisst einfach die Information, die ich im Moment habe und die Kanäle, die ich verarbeiten kann. Wenn jemand sagt, ich bin nicht in einer Blase, ich kann alle Kanäle der Welt verarbeiten, muss man einfach sagen, schönen Tag noch. Niemand kann das. Und dann muss man eigentlich sagen, okay, ich bin in der Blase, aber ich reiche dir trotzdem die Hand, weil ich weiss nicht genau, wie deine Blase ist. Aber das ist das, was ich gesagt habe zwischen Hamas und Netanyahu. Dass man den Schmerz des anderen anerkennt. Dass man sagt, du hast teilweise recht. Das ist eigentlich die Blase, die sich öffnet. Und das wird die Herausforderung sein. Und da sind wir in einer extrem neuen Situation, das kennen wir als Menschen gar nicht. So viel Information. So viel Information hatten wir nicht. Wie gesagt, vor 500 Jahren wären Sie und ich hier auf dem Feld draußen gewesen. Ich hätte Sie gefragt, was ist das Neueste im Dorf? Dann hätten Sie gesagt, ja, die Kuh da drüben, die hat einen Kalb geworfen. Dann hätte ich eine halbe Stunde geschwiegen. Dann hätte ich gefragt, aha, ein Kalb. Ja gut, hoffentlich ist es gesund. Und dann hätten Sie eine halbe Stunde geschwiegen und dann gesagt, ja, ist gesund. Und das waren die News vom Tag. Und heute haben wir Push-Nachrichten irgendwie, wie sich der Euro zum Schweizer Frank verändert und was im Gazastreifen passiert. Was in der Internationale Gerichtshof entschieden hat, ob Heidi Klum eine neue Show macht und wie es überhaupt mit Bayern München weitergeht. Und ob Sebastian Vettel weiterhin für Red Bull fährt. Also es ist anspruchsvoll. Das möchte ich den Menschen mitgeben. Wenn Sie manchmal das Gefühl haben, es ist anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll. Wir sind in der Informationsrevolution. Es ist, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ja, da muss man halt einfach dranbleiben. Und es ist halt auch wichtig, hier verschiedene Quellen sich quasi anzusehen. Also einerseits alternative Medien, aber andererseits natürlich auch die Systemmedien. Man sollte ja immer vergleichen und in der Mitte liegt ja quasi immer die Wahrheit. Und hin und wieder in den Wald gehen mit dem Hund oder auch ohne Hund. Genau. Einfach einmal komplett abschalten. Offline ist das neue Bio. Genau. Herr Ganser, ich sage danke, dass Sie sich heute Zeige nochmal haben, mit uns über diesen Prozess in Steyr gesprochen haben, den Sie zum Glück oder Ihr Veranstaltungsmanager Peter Schulte gewonnen hat. Herr Ganser, dass Sie mit uns über die Meinungsfreiheit gesprochen haben und über diesen aktuellen Vortrag, den Sie jetzt aktuell auch in Österreich halten. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und zu uns ins Studio gekommen sind. Ich bin sehr gerne gekommen. Vielen Dank. Ja, und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Wir sprechen Klartext. Kunde Klartext Kunde Klartext Kunde Klartext Kunde Klartext